Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ich bin nicht der Rüdiger nur, sondern euer Vorbuddler bei der Minenarbeit.de. Heute mit einem kleinen Special, einem Preview auf das, was kommt. Und demnächst, denn ich befinde mich hier gerade auf einer Multiplayer-Server-Welt. Es ist also bald soweit und Minenarbeit.de macht auf einem Server mit. Und zwar unter der Leitung von Agun12, einem erfahrenen Mann. Agun, der kümmert sich hier, der managt diese ganze Sache hier. Und wie gesagt, er ist ein erfahrener Mann mit einem sehr netten Hobby. Der liebt es nämlich, Leute zu kicken. Ja, ihr wisst schon, hier so Doofe, Trolle und Leute, die ihre Hormone nicht im Griff haben. Ihr wisst schon, sowas gibt es ja irgendwie immer mal wieder. Ich weiß auch nicht, was mit denen so los ist. Will ich auch gar nicht wissen. Und der Agun auch nicht. Warum erzähle ich euch das überhaupt? Ganz einfach, weil ich ja weiß, dass ihr alles nette Leute seid. Genauso wie wir ein paar Jungs, die hier so gerade schon auf dem Server so arbeiten. Erzähle ich gleich noch was zu. Aber ihr seid halt nett. Und ihr wollt natürlich auch hier, dass es hier nett bleibt, wenn ihr mal irgendwie hier mal hinkommt. Wenn, sobald der Server öffentlich ist. Also, dass ihr hier nicht bepöbelt werdet und angemacht und was weiß ich. Wir wünschen uns natürlich auch mal vielleicht, dass sich ein paar Mädchen und Frauen blicken lassen. Darüber würden wir uns erfreuen. Spielen ja viele Frauen Minecraft. Und ja, das wäre natürlich für uns ganz toll, wenn jetzt solche Randgruppen praktisch auch mal hier auftauchen würden. Aber bevor das soweit ist, bombardiert mich jetzt bitte nicht mit Anfragen von wegen, hier, ich will auch mal dahin, ich will auch mal und ich will auch. Habt ihr nämlich Glück, dass ich nicht Agun bin, der wird euch dann nämlich sofort kicken. Weil das auch in den Bereich Nerven fällt. Nein, aber so streng bin ich nicht. Natürlich kein Problem, aber ich erkläre euch ja, was ich meine. Es ist einfach so, dass wir im Moment noch in der Vorbereitungsphase sind. Der Alpha-Phase könnte man jetzt auch so sagen. Und wir hier noch einfach testen. Das ist noch einfach nicht soweit. Wir haben auch bereits eine Liste von Leuten, die jetzt als nächstes eingeladen werden und dann hier auch mal ein bisschen bauen dürfen und mitmachen dürfen. So, und das ist dann erstmal, wenn das dann gegessen ist, dann können wir vielleicht auch mal langsam öffentlich werden. Und hier haben wir schon einen Schalter eingebaut. So, schön, ne? Und es ist einfach noch nicht soweit. Ihr werdet schon irgendwann die Gelegenheit bekommen, hier auch mal mich zu besuchen auf diesem Wiesenfels, sag ich mal. Ich hab das so ein bisschen angelehnt an Wiesenfels. Es sieht natürlich ganz anders aus als das bekannte Wiesenfels. Aber ich hab es halt genauso getauft, weil, ja, damit ihr es einfach besser erkennt und den Zusammenhang mit Minenarbeit dann erkennt, wenn ihr hier mal zu Besuch seid. Ihr könnt dann natürlich, wenn es euch sehr gut gefällt und ihr mit den Leuten hier klarkommt auch, dann könnt ihr auch euer eigenes Land bekommen und bebauen. Das ist ja überhaupt kein Problem, ne? Da hat niemand was dagegen. Im Gegenteil, dafür ist es ja eigentlich gedacht. Ja, was haben wir denn? Hier geht es zum Beispiel zur Horrorhöhle. Boah, da gehen wir jetzt besser nicht hin, denn ich möchte ja überleben. Gehen wir lieber zurück zur Burg. Also ihr seht das, wir haben schon überall, äh, hab ich auch Wegweiser aufgestellt. Ach ja, das hat damit zu tun, weil ich ja sehr abgeschieden bin hier in meinem Bereich. Ja, also die, die anderen Jungs, die bauen da hinten zum Beispiel jetzt eine kolossale Stadt. Wenn ich sage kolossal, dann meine ich spektakulär. Ne, also wenn ich spektakulär sage, dann meine ich auch spektakulär. Ne, um nicht zu sagen kolossal. Ne, also ich baue ja immer schon nette Burgen und so. Das gebe ich ja gerne zu. Aber was die anderen Jungs da auch teilweise hinstellen, boah, wow, ne? Also es, äh, ich wiederhole mich dann, wenn ich sage, es ist spektakulär. Also da könnt ihr euch wirklich, äh, schon mal drauf freuen, einige wirklich großartige Sachen zu sehen. Also jetzt, jetzt zum Beispiel ein Bahnhof, äh, äh, eine Bank und, äh, hier ein zentraler Platz und Piepshow und alles, ne? Das ist unglaublich, äh, und, äh, vor allem jetzt habe ich ja auch die Bank erwähnt, ähm, wir haben halt vor, so, auch so ein Geldsystem hier, äh, einzuführen. Also jetzt nicht mit echtem Geld, bloß nicht erschrecken oder was, also virtuelle Coins, ja? Ihr könnt dann also praktisch arbeiten gehen, Geld verdienen, handeln, Dinge kaufen, verkaufen und, und müsst auch für, für, für Zugfahrten müsst ihr Geld abdrücken. Also jetzt kein echtes Geld, ich wiederhole es nochmal gerne, also es kostet dann alles überhaupt nichts, äh, abgesehen jetzt natürlich von, äh, von der Anmeldegebühr, die ihr mir, von 2000 Euro, die ihr mir dann bitte auf mein Privatkonto überweist, ne? Ist ja ganz klar. Aber ansonsten fallen da keine weiteren Kosten an. Hallo Leute, Spaß, ne? Ich weiß, dass ihr alle total empfindlich seid, äh, wenn es ums Geld geht, bin ich ja auch, ne? Ne, aber, äh, ist ja, ist ja einfach, ne, ist einfach klar, ihr geht dann immer an die Decke, wenn ihr Geld hört. Also es geht nicht um echtes Geld, es geht einfach darum, dem, 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 dem Spiel einfach noch ein bisschen mehr Spieltiefe zu geben, sag ich mal, ja, wenn ihr hier seid, ne? Könnt ihr mehr, könnt ihr mehr spielen. Äh, und vor allem gibt es vielleicht auch mehr Anreiz, halt, dass die Leute nicht immer nach zwei Tagen wieder abhauen und woanders dann spielen, sondern, und, und, und wir dann hier praktisch überall so, so, ja, halb, äh, fertige Bauten rumstehen haben, um die sich keiner mehr kümmert. Das wäre natürlich irgendwie nicht so schön, ne? Warten wir es einfach mal ab, wie sich das entwickelt. Ich bin jetzt auch eigentlich schon am Ende dieses Videos, das sollte ja nur so ein kleiner Vorgeschmack sein, um euch ein bisschen hier anzuheizen. Äh, demnächst geht es natürlich mit, wie versprochen, mit den Let's Plays weiter. Also ich mache ja jetzt eine Let's Play Serie, fange ich jetzt demnächst mit an, freue ich mich auch drauf. Vorher muss allerdings ja noch eine Umfrage stattfinden, äh, welchen Seed wir denn benutzen für so eine Let's Play Welt. Und ich werde dann auch hauptsächlich, äh, mit diesem Let's Play mich erstmal beschäftigen müssen und gar nicht hier mit dieser Server Welt. Deswegen habe ich in den letzten Tagen hier schon so ein bisschen versucht, was hinzustellen, damit das schon mal so ein bisschen vorgearbeitet ist. Ja, und auf jeden Fall geht es wahrscheinlich auch im Laufe der Woche schon mit den Let's Shows weiter, also mit der zweiten Staffel. Ja, da begeben wir uns auf die Reise nach Emlomar und das wird dann auch wieder einige Tage lang dauern und, äh, über viele Episoden gehen und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Äh, ja, dann war ich, mache ich jetzt erstmal hier so Feierabend, wünsche euch noch einen schönen Tag, ja. Feiert den Tod von diesem Idioten, äh, Osama Bin Laden, ne, und, äh, feiert aber nicht zu heftig, damit ihr dann hier noch wieder fit seid, wenn es dann hier demnächst weitergeht. Und, ja, gehabt euch wohl. Ich war euer Vorbuddler und ihr findet mich natürlich immer auf minenarbeit.de. Tschüss. Tschüss. Tschüss.